Hallo zu unseren Lebenszeichen. Wir wollen uns heute melden mit zwei tollen Einsendungen. Nämlich einmal haben die Lana und der Kolja was ganz tolles, Lego-Landschaften zusammengebaut, die das Leben rund um Corona so ein bisschen aus ihrer Sicht erzählen. Das zweite ist, dass wir uns erstmal bedanken wollen bei den unglaublich vielen Zuschriften und Zusendungen von kreativen Dingen, von Basteleien, von Näharbeiten, von Strickarbeiten, aber auch die vielen tollen Karten, die gekommen sind, um den Ostergruß für die Altenheime zu ermöglichen, für den wir in einem der letzten Videos geworben haben. Vielen Dank dafür und da zeigen wir euch einfach noch ein paar Bilder, die wir von den tollen Geschenken gemacht haben. Dann viel Spaß dabei! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!